Hallo liebe Leute, ich befinde mich hier in den Klangfeld Studios im Ostfriesian Delta und die Jungs von den Klangfeld Studios und ich haben hier ein paar Licks vorbereitet, die wir euch monatlich zur Verfügung stellen wollen und naja wir hoffen, ihr habt viel Spaß damit und auf geht's. Jo, was ich jetzt irgendwie machen möchte, das geht mehr in die Bebop-Richtung und zwar ist der erste Lick ein Lick, den man fantastischerweise echt in jedem Blues einbringen könnte und somit quasi, da kann man sein Blues-Spiel ein bisschen aufpeppen und zwar geht der Lick ungefähr so, ich spiele halt nur einmal in normaler Geschwindigkeit. Nochmal langsam jetzt. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganzечно. Ganz langsam.